In der Nacht zu Samstag stirbt Feuerwehrmann Roland S. in Augsburg. Bei einem Streit auf dem Königsplatz bekommt der 49-Jährige einen Schlag von der Seite ab, geht zu Boden. Wenig später stirbt er. Die Videoaufnahme eines Taxifahrers zeigt die brutale Attacke. In schlechter Qualität sind mehrere Personen zu erkennen. Es entwickelt sich eine kleine Menschentraube. Mehrere Männer stehen sich gegenüber. Plötzlich drängt ein Mann einen anderen weg, bekommt danach einen Schlag und fällt zu Boden. Wer den letztendlich tödlichen Schlag abgegeben hat, ist schwer zu erkennen. Gegen einen 17-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Totschlags. Sechs weiteren Jugendlichen wird gemeinschaftliche Körperverletzung vorgeworfen. Doch Rechtsanwälte äußern nun Zweifel an den Ermittlungen. Klaus Rödel vertritt einen der Verdächtigen. Gegenüber Bild erklärt er, es geht hin und her. Offenbar gab es vorher eine Schubserei. Aber ich kann nicht erkennen, dass das spätere Opfer umzingelt worden ist. Bild fragt bei Polizeipräsident Markus Trebes nach. Der erklärt, Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es kein zu beanstandendes Verhalten des Opfers. Am Sachstand hat sich durch das neue Video nichts verändert. Der Feuerwehrmann zeigte kein aggressives Verhalten. Nach Auswertung der Videoüberwachung am Königsplatz hatten die Ermittler am Montag ihre Sicht auf den Fall präsentiert. Die beiden späteren Opfer waren demnach hinter ihren Frauen über den Königsplatz gegangen, wo auch eine Gruppe von sieben Jugendlichen unterwegs gewesen sei. Dann ist er auf die Gruppe zugegangen und war plötzlich umringt von diesen sieben jungen Männern. Dann gab es einen Schlag, der Mann fiel zu Boden. 50 Minuten später stirbt Roland S. im Rettungswagen. Er hinterlässt Frau und Tochter. Am Tatort kamen am Sonntag 150 Angehörige der Berufsfeuerwehr Augsburg zusammen. Sie hielten eine Gedenkminute für ihren verstorbenen Kameraden ab.